Hallo und herzlich willkommen liebe Freunde Salveto Spectatoris zu unserem Epilog von Let's Play Rome 2 Total War, die imperiale Kampagne mit der Gens Cornelia. Und im letzten Teil haben wir unsere Siegbedingungen erfüllt. Ich wollte mir heute die Zeit nehmen und mit euch noch ein bisschen über den Untergang des römischen Imperiums sprechen, also das was eben ja aus Rom geworden ist. Und ja, das war gar nicht so einfach. Ich habe mich intensiv versucht, darauf vorzubereiten und für alle, die jetzt natürlich hören wollen, ja woran hat es denn gelegen? Das werde ich nicht so einfach beantworten können. Machen wir mal folgenden Anfang. Es gab bisher so ein ganz wichtiges Jahr. Das hat man als Untergang für das römische Imperium immer genommen. Das ist das Jahr 476 nach Christus. Was ist da passiert und warum ist das so wichtig? Vielleicht fange ich mal so an und dann können wir uns über die Gründe unterhalten, warum das dazu gekommen ist und so weiter und so fort. 476 nach Christus setzt der Skire Odoaca den römischen Kaiser Romulus Augustulus ab. Also gut, solche Dinge passieren ja auch später andauernd und so, dass der eine Herrscher abgesetzt wird durch jemand anderen. Das ist ja jetzt auch nicht so ungewöhnlich, aber das Ungewöhnliche an der Geschichte ist jetzt, dass der römische Kaiser von einem Germanen abgesetzt wird. Also man zählt die Skiren grob zu diesen germanischen Stämmen. Das ist natürlich höchst problematisch, weil was ist denn schon jetzt germanisch in dieser Zeit? Das weiß man ja auch gar nicht so genau, aber wichtig ist also, dass es kein Römer ist, der hier jetzt den Kaiser absetzt. Und dieser Skire Odoaca, der macht noch was anderes sehr interessantes. Der geht nämlich hin und teilt dem Kaiser Ostroms. Rom ist ja seit 405 faktisch geteilt in Westrom und in Ostrom. Und der geht hin und teilt dem Kaiser in Ostrom mit, ist alles erledigt, Westrom braucht ab jetzt keinen Kaiser mehr. Und das ist natürlich eine ganz, ganz krasse Signalwirkung. Es ist aber auch insofern bemerkenswert, weil der Romulus Augustulus, es gibt ja noch Kaiser, die nach dem kommen, also Leute, die sich in Rom auf den Thron setzen. Aber die werden eben nicht mehr so als römische Kaiser bezeichnet, denn der Romulus Augustulus kam tatsächlich noch aus der senatorischen Adelsschicht. Und das ändert sich dann auch. Danach kommt ja zum Beispiel nochmal Theoderich, der in Anführungszeichen der Große, Theoderich der Große, der kommt nochmal in Rom auf den Thron später. Der vertreibt ja den Odoaca mit Hilfe Ostroms. Aber das Problem ist, der Theoderich ist ein Goethe. Das ist auch kein Römer mehr. Also mit dem Romulus Augustulus wird wirklich der letzte römische, also wirklich jetzt römisch-senatorisch-adlige Kaiser de facto abgesetzt. Und es gibt eben diese Signalwirkung, das Kaisertum in Westrom ist perdu. Das braucht keiner mehr. Und das ist der Grund, warum man erstmals so hauptsächlich überlegt hat, ja, wenn wir das jetzt an so einem Ereignis festmachen, wann denn auch quasi die Antike zu Ende ist. Und das Mittelalter anfängt, dann nehmen wir das ja, weil da verdichten sich so ein paar Ereignisse ganz besonders. Da gibt es so, ich sage jetzt mal wieder, Signale. Und das Thema Verdichtung, das ist ganz, ganz entscheidend bei der Frage, warum es überhaupt dazu gekommen ist. Meiner Meinung nach, ich sage ja also, das ist jetzt meine Interpretation und meine Meinung zu den Ereignissen, meiner Meinung nach kommt es in der Spätantike zu einer Verdichtung krisenhafter Erscheinungen. Klingt jetzt blöd, weil so ein Begriff prinzipiell nicht viel erklärt, aber ich mache das jetzt noch an ein paar konkreten Beispielen fest. Und warum ich diesen Begriff Verdichtung in dem Falle gar nicht so schlecht finde. Fangen wir mal hinten an, warum ist dieser Begriff Verdichtung von Krisen gar nicht so schlecht? Nun ja, der Grund ist, viele Krisen, die in der Spätantike so richtig durchbrechen, die gab es schon vorher. Zum Beispiel die Problematik mit der Völkerwanderung. Problematik in dem Falle, weil viele römische Grenzen fallen. Also zum Beispiel Durchbrüche in den Grenzregionen von germanischen Stämmen oder eben von den Goten etc. pp. Und das ist aber jetzt prinzipiell eigentlich nichts Neues. Das gab es nämlich schon zu Zeiten von Kaiser Marc Aurel, so 160, 180 nach Christus. Hat es da auch schon gegeben. Und solche Völkerwanderungsereignisse scheint es damals eben auch schon gegeben zu haben. Ja, und deswegen finde ich das ganz gut, wenn man in so einem Fall von Verdichtung redet, weil nämlich das Ganze ein unglaublich langwieriger Prozess ist. Es ist nämlich nicht so, wenn man jetzt sagt, 476 nach Christus hört das römische Reich, das römische Imperium auf zu existieren, dass man sagt, bumm, zack, so. Und dann gab es da ein Ereignis und dann auf einmal war das vorbei. Das ist ja Quatsch. Also da müsst ihr immer skeptisch sein, wenn man solche wichtigen Gesamtentwicklungen an einem Ereignis festmacht. Man kann das halt nehmen und man kann sich daran dann abarbeiten, so wie ich das jetzt gerade mit euch mache. Man kann das so als Diskussionsgrundlage benutzen. Aber es ist immer problematisch, wenn man solche wichtigen Gesamtentwicklungen an einem Ereignis festmacht. Die Historiker sprechen da vom Ereignis-Strukturproblem, aber das nur so ganz am Rande. Können wir vielleicht irgendwann nochmal darüber reden. Ist höchst interessant. Ja, also, diese Entwicklungen setzen eigentlich schon zu früheren Zeitpunkten ein. Und das sind, und wenn ich noch von einer Verdichtung krisenhafter Erscheinungen spreche, möchte ich damit auch sagen, dass das eben nicht eine einzige Krise gewesen ist. Man könnte ja zum Beispiel sagen, dass das untergegangen ist, das römische Reich, das ist im Endeffekt so eine klassische Herrschaftskrise. Man hat so ein riesiges Territorium, dann gibt es da ganz viele Streitigkeiten, wer da jetzt was regieren darf und dann teilen die das irgendwann auf. Und irgendwann gibt es dann noch so ein paar Usurpatoren, die ganz illegitimerweise die Macht in so einer Provinz an sich reißen und dann unabhängig werden wollen etc. Ist doch eigentlich so eine ganz klassische Herrschaftskrise. Aber alleine das, also finde ich so ein bisschen problematisch, denn also jetzt nur eine Herrschaftskrise. Naja, wenn das Militär funktioniert hätte, dann hätte man doch einfach gesagt, okay, dann gibt es jetzt halt noch einen Nord- und einen Südrom oder so. Also, wenn das Militär funktioniert hätte, dann hätte man doch vielleicht noch diese Angriffe abwehren können. Oder wenn die Wirtschaft intakt gewesen wäre, dann wären die Leute zufrieden gewesen. Dann hätte es doch vielleicht nicht unbedingt so eine Herrschaftskrise gegeben. Ja, also wenn die Leute happy sind, dann wird doch so eine Herrschaft in der Regel als legitim wahrgenommen. Das sieht man doch beispielsweise bei der letzten Bundesregierung eigentlich ganz gut. Okay, also das heißt, es gab viele verschiedene Entwicklungen in dieser Zeit, die letztendlich sich meiner Meinung nach eben so dann immer mehr verdichten und die zu weiteren krisenhaften Erscheinungen führen. Man könnte jetzt natürlich auch noch sagen, ja, aber Moment mal, also so mit 476 nach Christus, da geht, klar, da geht der Odoake hin und setzt dann den Romulus Augustulus ab und danach kommt ja doch aber der Theoderich wieder und der will doch eigentlich wieder das weströmische Reich mit der Hilfe von Ostrum, will der doch eigentlich wieder begründen. Also, man könnte doch jetzt genauso gut dann den Tode Theoderichs nehmen. Absolut, also so kann man auch argumentieren. Das wäre zum Beispiel ein schlüssiges, also für meine Begriffe nach auch gar nicht so abwegiges Argument. Das heißt nämlich, auch auf der anderen Seite weist uns das auch wieder darauf hin, dass diese Entwicklungen nicht nur schon wesentlich früher einsetzen, sondern auch noch darüber hinaus andauern. Und mit dem Untergang des weströmischen Reiches verschwinden ja auch die Problematiken nicht unbedingt. Also zum Beispiel die Problematik mit der Völkerwanderung, die bleibt ja auch noch eine Zeit lang bestehen. Oder zum Beispiel die Probleme mit der Herrschaftskrise, die haben ja auch noch die Oströmer eine ganze Zeit lang. Gut, die haben das ein bisschen weniger als Westrum, klar. Die halten sich ja länger, aber Probleme haben die natürlich auch. Und die haben auch Probleme gegen die Perser, die haben Probleme gegen die Pachter. Also, die haben auch an vielen Fronten zu kämpfen. Naja gut, und jetzt habe ich ja schon quasi gesagt, es gibt also ganz, ganz viele verschiedene Entwicklungen, die man dafür verantwortlich macht. Und das heißt ja für mich dann jetzt auch schon wieder an der Stelle, es ist meine, ich muss jetzt direkt wieder die Erklärung abgeben, ich kann das jetzt in so einer, zwei Folgen gar nicht komplett behandeln. Das ist ein Thema, das füllt ganze Vorlesungsreihen, ja. Ich kann euch deswegen jetzt hier nur so ein paar Aspekte präsentieren und lade euch natürlich alle ganz herzlich dazu ein, mit mir zu diskutieren. Und ich lade euch natürlich dazu auch mal ein, in die Videobeschreibung zu gucken und die entsprechende aufgeführte Literatur mal zu konsultieren, wenn ihr euch da selber noch mal ein Bild drüber machen wollt. Okay, ich habe mir hier ein paar Sachen aufgeschrieben. Ich habe nämlich mal was gemacht, was ich nicht so oft mache. Ich habe mir den Wikipedia-Artikel zu Rom durchgelesen. Also, Wikipedia ist ja immer so ein ganz gutes Nachschlagewerk, wenn man mal schnell was Punktuelles wissen will. Aber da waren so ein paar Sachen, wenn wir noch drauf zu sprechen kommen. Okay, und Wikipedia-Bashing ist natürlich immer einfach. Ich bin ja froh, dass es sowas wie Wikipedia gibt. Also, das möchte ich nur an der Stelle vorweg schicken. Okay, fangen wir mal an mit Interpretationen, die es gegeben hat, die meiner Meinung nach nicht mehr so unbedingt haltbar sind. Zum Beispiel gab es die Dekadenz-Theorie. Machen wir erst mal den sozialen Bereich. Dekadenz-Theorie heißt in dem Falle, es gab so eine ganz krasse soziale Spaltung in der Gesellschaft. Diese sittlich verroten, der sittlich verrote Pöbel auf der einen Seite und auf der anderen Seite der total abgespacede senatorische Adel. Auf der anderen Seite, der überhaupt nichts mehr mitkriegt, dem alles egal ist, der nur noch im Luxus schwelgen will und eine Orgie nach der anderen feiert. Kann ich natürlich... Ihr merkt ja natürlich schon an meinem Tonfall direkt, aber ist ja auch klar, ist totaler Käse. Wenn man mit solchen Mentalitäten argumentiert, die sind immer ganz, ganz, ganz schwer in den historischen Quellen, die man wirklich findet, wirklich festzumachen. Klar, natürlich sprechen auch Autoren dieser Zeit vom Sittenverfall und Ähnliches, ja, aber die haben ja keine Sozialanalysen in dem Falle betrieben, wie man das jetzt heute vielleicht machen würde. Also, das ist ja, das ist ein schönes poetisches Mittel, damit man sich auch wieder entweder auf Tradition besinnt oder damit man wieder in die Kirche geht und sowas, ja. Es gab Leute, die haben auch den Hundensturm als eine Strafe für den Sittenverfall herangeführt. Es ist also so dieses Dekadenz-Dings, ja. Also, oder wenn der Westerwelle da von spätrömischer Dekadenz spricht oder sowas. Also, das kann man eigentlich nicht so hinhalten. Trotzdem, aber was an dieser Sache dran ist, es gibt in der Tat gravierende soziale Probleme. Und die zeigen sich in anderen wichtigen Bereichen. Zum Beispiel da dran, dass es eine Militärkrise gibt. Ich spanne jetzt mal hier von den Bogen zum Militär. Und zwar gab es wohl eine gegensätzliche Entwicklung. Auf der einen Seite hat sich der Lohn bei den Soldaten erhöht. Die durften dann auch heiraten in ihrer Soldatenzeit, etc. Aber die Bereitschaft, im römischen Heer zu dienen, hat wohl deutlich abgenommen. Es gab viele Fälle von Desertierung. Also, die Leute, die einfach desertiert sind nach der Einrufung, aber auch Leute, die sich versucht haben, durch Selbstverstümmelung eben der Einberufung zu entziehen. Da kann man schon sehen, dass da wohl die Bereitschaft und der gesellschaftliche Zusammenhalt damit auch wohl nicht mehr ganz so stark gewesen ist. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, der Indikator zum Beispiel, ich mache es mal andersrum, als die Goten anfangen, gegen Rom zu kämpfen, es ist ja so, am Anfang werden die ja ganz friedlich ins Territorium gelassen, weil die sagen ja hier, wir flüchten da vor den bösen Barbaren, die noch, noch viel schlimmer sind und so weiter und so fort. Wir sind auf der Flucht. Wir müssen irgendwo Schutz suchen und wir helfen euch dann auch bei der Verteidigung eures Reiches. Dann werden die Goten ja ins Reich reingelassen und dürfen da dann auch siedeln. Aber die kämpfen dann später gegen die Römer. Und da ist es ganz interessant zu sehen, wenn die nämlich anfangen, Kriege zu führen, dann schließen sich denen auf einmal auch römische, ich sage jetzt mal, Reichsbewohner an. Und das ist doch eigentlich ein Hinweis darauf, dass es da auch große soziale Probleme gegeben haben muss. Es schließen sich natürlich vor allen Dingen Sklaven und ärmere Bevölkerungsteile an. Aber das würden die ja nicht machen, wenn die ansonsten mit ihrer gesellschaftlichen Situation eigentlich zufrieden wären. Insofern ist das so ein Hinweis auf eine gesellschaftliche Krise. Ja, und als ich eben von den Goten gesprochen habe, die ja da flüchten vor anderen Volksstämmen, die aus dem Osten und aus dem Norden kommen, klassischer Hinweis, sind ja immer Vandalen und Hunden. Da sind wir bei einem ganz, ganz großen Problem, das immer auch wieder mit dem Untergang Roms in Verbindung gebracht wird, nämlich der sogenannten Völkerwanderung. Auch diese Völkerwanderung hat mehrere Jahrhunderte gedauert und war jetzt irgendwie nichts, was innerhalb von fünf Jahren passiert ist. Sondern diese Völkerwanderung war eben ein langer Prozess und ein sehr vielschichtiger Prozess. Das große Problem bei der Völkerwanderung ist nämlich, viele Leute, viele Autoren haben früher darüber geschrieben, dass diese Volkstämme sich auf der Flucht vor anderen barbarischen Horden befanden. Aber man weiß ja gar nicht mal dann so genau, warum sind denn diese barbarischen Horden dann überhaupt aufgebrochen? Und das ist so ein Punkt, den ich zum Beispiel auf Wikipedia gelesen habe. Da wird nämlich von einem sogenannten, also ich sage es jetzt mal, sogenannten Domino-Effekt gesprochen. Die Hunden sind aufgebrochen und dann gab es so einen Domino-Effekt. Dann sind auf einmal alle anderen Volkstämme vor denen geflüchtet und dann in das römische Territorium eingebrochen. Und dann gab es immer mehr Kettenreaktionen. Ich wäre bei sowas, bei sowas bin ich, ich finde, das passt nicht so richtig. Denn dieser Domino-Effekt erklärt nämlich erstens mal ja gar nicht, warum die Hunden überhaupt aufbrechen. Das ist ja dann eigentlich auch eine sehr wichtige Frage. Und auf der anderen Seite wird das so, das erscheint dann alles so zwangsläufig. Man muss sich dann ja fragen, okay, also dass die Hunden aufgebrochen sind, ist dann ein zwangsläufiges Ereignis dafür, dass dann die Goten nach Rom eindringen. Und dann halt eben dort später zu einer großen Militärkrise führen etc. Also das wirkt so zwangsläufig. Warum hätten dann die Hunden nicht einfach irgendeinen anderen Volkstamm verdrängen können oder so? Ich finde, Domino-Effekt erklärt das nicht so gut. Kettenreaktionen auch schon gar nicht. Aber man muss natürlich sagen, ja, es gibt diesen Effekt, dass sich ganze Volksstämme auf die Flucht begeben. Und das ist natürlich ein Hinweis darauf, dass da irgendwas Schlimmes passiert sein muss. Aber wir wissen es halt eben noch nicht genau. Und da ist man momentan auf archäologische Erkenntnisse angewiesen. Auch mal da wieder, wie wichtig das ist, dass Geschichtswissenschaft und Archäologie zusammenarbeiten und auch eben die Philologie, also die Wissenschaften, die sich mit den Sprachen wie Latein und Griechisch etc. beschäftigen. Also dass man da die, dass man da die Ereignisse versucht in den Kontext zu bringen. Naja, gut, aber de facto ist es so, die Hunden brechen auf, ziehen Richtung Westen und treiben offenbar wirklich diese Volksstämme teilweise vor sich her. Und ja, mit den Goten habe ich es ja eben schon angesprochen. Es kommt dann ganz oft dazu und das ist bei Marc Aurel, das ist bei Marc Aurel auch schon passiert im 2. Jahrhundert nach Christus, dass diese Stämme dann auch teilweise sich auf römischem Territorium ansiedeln dürfen und in den Dienst genommen werden. Man sieht vor allen Dingen, dass eben viele, diese Stämme stellen sich ja auch ganz bereitwillig in den Dienste des römischen Heeres. Und das ist dann auch später wieder so ein Problem, weil irgendwie nimmt die, ich habe es ja gesagt, die Bereitschaft in dem Heer zu dienen, die nimmt ab. Und das hat einfach auch was mit dieser Grenzbedrohung zu tun. Denn es ist ja nicht nur schwierig, diese ganzen Grenzen in Rom zu verteidigen gegen das Eindringen anderer Stämme, sondern es ist auch sehr schwierig für den Soldaten, diese langwierigen Kriege mitzumachen. Ich meine, für den Kaiser ist das natürlich auch schwierig, diese ganzen Kriege zu führen. Das ist ja mitunter ein Grund, warum unter Diokletian ja das Reich geteilt wird und unter Konstantin auch dann die Tetrarchie voll entwickelt wird. Oder eigentlich wird es ja eher unter Diokletian entwickelt, sagen wir mal so. Lassen wir mal den Konstantin erstmal noch da raus. Das ist für die Soldaten aber auch ein Problem. Denn die Soldaten müssen auf einmal in entlegenen Territorien kämpfen, zu denen die jetzt nicht so einen unbedingten Bezug haben. Und vor allen Dingen müssen die dann Verteidigungskämpfe führen. Verteidigungskämpfe für römische Soldaten sind scheiße. Verteidigungskämpfe sind scheiße. Da können die Leute gar keine Beute machen. Was kriegt man da? Das Zeug, was die Leute da mitbringen, die ankommen. Was haben die denn? Die haben doch nichts. Das ist ja gerade so ein ganz wichtiges Kernelement bei dieser Wanderungsbewegung in der Völkerwanderung. Die Leute haben ja nichts mehr zu verlieren. Die sind verzweifelt. Die haben noch ihre Waffen dabei und versuchen dann Beute zu machen und wollen erstürmen und so weiter. Aber die Leute haben ja nichts. Da kannst du nichts plündern. Das ist scheiße von der Bezahlung her. Und das ist eben halt so ein Punkt, warum halt auch die Leute bei Cäsar und Pompejus, warum die auch so in der Lage waren, sich so ein solidarisches Heer irgendwie zu halten. Die Leute wollten auch unter denen kämpfen, weil es da immer die fette Aussicht auf Beute gab. Das war nur Eroberungskrieg. Da haben die Leute reiche Territorien erobert und dann geplündert. Oh, was haben die Soldaten da Geld gekriegt? Und das ist einfach bei diesen Verteidigungskriegen ist das echt problematisch. Auf der anderen Seite sind die aber ultra wichtig. Man sieht das daran, weil auf einmal die Finanzierung des Heerwesens halt so wahnsinnig viel Geld verschlingt. Und weil ganz, ganz riesige Anstrengungen unternommen werden, um das Heer zu ernähren und vor allen Dingen auch bei Laune zu halten. Und wie es weitergeht, das sehen wir im nächsten Part. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Macht's gut bis dahin. Pax Wubiskum. Valid. 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 Vielen Dank.